Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Clicker Hero, ja, Level 100 den Boss haben wir natürlich schon hart abgefarmt, wir haben 1218 E26 und ich, äh, kaufe jetzt erstmal ein paar hier, guck mal, ich kann ja direkt richtig auf Kacke hauen hier, ey, oh, doch nicht so, das war glaube ich ziemlich teuer, ne, oh, E25, ja, so, schalten wir mal weiter in den Progress Mode, wenn ich jetzt aufsteige, kriege ich nochmal zwei, ah, will ich aber noch gar nicht, aber jetzt platzen die echt gerade Hardcore weg die Gegner, ne, warum man sich nur bücken und Geld einsammeln, hat da auch was, so, 25, ah, increases DPS of all heroes by 10%, hauen wir auch nochmal rein, jetzt müsst ihr das auch nochmal richtig auf Schnauze geben für die eigentlich, ich bin mal gespannt, jetzt kommt ja gleich der Boss hier, but, komm, schön viel Gold droppen, so, obwohl, ich will hier hin, so, ich will nämlich den Boss abfarmen mit dem prozentualen Geldregen, den man ja hier kriegt pro Hit, ne, ich brauche ja gar nicht mehr selber klicken, ist ja, ich habe ja hier gerade den Skill benutzt, ne, und, ja, ist eine Big Angry Potato, die ich gerade kaputt schlage, sehe ich jetzt gerade, ja, es ist schon irgendwie merkwürdig, was es hier für Gegner gibt in diesem Land, also, kann ja auch nicht besonders schwer sein, da muss man kein Hero für sein, um, um das, also, ich warte ja immer noch mal auf den Boss, der eine Schatzkiste ist, das wäre schon sehr, sehr episch, fände ich, so, okay, ein bisschen Kohle haben wir wieder, was brauche ich dafür, 50, schaffe ich wahrscheinlich, oder schaffe ich sogar, krass, so, das auch nochmal, dann können wir mal gucken, geht ja immer noch relativ schnell, wie leicht wir hier so durchgleiten, bis zum nächsten Bösschen, ne, ist dann wieder ein Bösschen, und jetzt schreibt mich wieder alle im Teamspeak an, war bei mir, nicht bei euch, einfach ignorieren, so, Progress Mode, könnte ich ja mal anmachen, so, und ich glaube, ich kaufe, guck mal, merkt man gar nicht an meinem Geld hier, ah, doch, jetzt langsam schon, aber wenn ich jetzt klicke, dann, dann rumpste natürlich auch mal im Karton, ne, hab gerade den Crit gesehen, hör mal, wie krass das war, das war schon heftig, also, nur der krittet leider nicht sehr oft, das ist ein bisschen schade, da, bam, da sind fast Insta tot, das Gegner viel, so, krass, ne, okay, den haben wir auch noch kaputt hier, so, Gloop, wer sich die ganzen Namen ausdenkt, auch diese merkwürdigen dafür, Tyrantula, oh, hier, ja, den schaffe ich aber auch so, glaube ich, ohne zu klicken, oder, ja, locker, locker, äh, ja, geil, dann kann ich den ja hier drauf einfach weiterleveln lassen, ne, und, äh, oh, guck mal, das ist ein Fisch, ein Fisch, da war viel Geld, ne, da war total viel Geld, so, ne, ja, ne, war doch nicht so viel Geld, irgendwie, schade eigentlich, so, was ist das hier, increases, grant the generals DPS auch nur, okay, ich würde mal sagen, ich stelle jetzt einfach auf Progress, ne, und wir sehen uns im nächsten Update wieder, haut rein, Leute, tschüss!